Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein kleines Do-it-yourself für euch, beispielsweise Inspiration, also wie man es nimmt. Und zwar möchte ich mit euch so ein bisschen Deko machen. So was hier, da sind kleine Sternchen drin. Und ich möchte euch halt zeigen, wie die zu Sterne gehen. Man kann damit auch kleine Figürchen befüllen, das ist eine kleine Katze. Aber vielleicht wären einfarbige Sterne dafür besser. Auf jeden Fall braucht ihr dafür eine Schere. Ihr braucht dieses Papier, also entweder ihr kauft halt extra Papier für diese Sterne, das sind dann so ein Streifen. Die sehen dann so aus. Aber ich persönlich mag die nicht so gerne. Ich mag tatsächlich lieber die selbst ausgedruckten, sozusagen. Die muss man allerdings dann selber schneiden. Ich werde euch trotzdem die Seiten verlinken, wo ihr euch das ausdrucken könnt. Und da hat man halt echt viele Möglichkeiten. Aber ich mag am liebsten... Einfarbig. Die Sterne sehen dann so aus wie kleine Zuckersterne, würde ich sagen. Die heißen Lucky Stars. Und dann sieht das so aus. Ich habe mir damit auch schon mal Ohrringe gemacht. Ich finde die echt toll. Und ja, die möchte ich euch heute zeigen, wie das geht. Und dann könnt ihr halt echt viel damit machen. Ihr könnt damit Mobiles basteln oder Geschenke verschönern. Also ich habe immer ganz viele gemacht und dann das so in die Geschenke reingetan und dann das Geschenk da drunter sozusagen versteckt. Kam immer sehr gut an. Waren alle immer sehr begeistert von. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und hoffe, dass das Video für euch hilfreich sein wird. Oder dass es euch überhaupt interessiert. Ich war ja die ganze Zeit so, hm, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kindisch ist. Aber egal, ich finde es total schön. Mir macht es immer total viel Spaß. Hat mir übrigens auch eine Zeit lang beim Aufhören vom Rauchen geholfen. Weil man halt die ganze Zeit am Rumpfummeln ist. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, wie gesagt. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ciao! So, dann zeige ich euch das jetzt erstmal mit dem Papier, was ich extra dafür gekauft hatte. Die Streifen sind immer ein bisschen dicker als die, die ich mir ausgedruckt habe. Aber ich mag das halt ein bisschen kleiner lieber. Aber ist egal. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt etwas mit Muster benutzt, dann dreht ihr das Ganze um. Und dann machen wir eine kleine Schlaufe rein. Und das sieht so aus. So. Das kleine Teil oder das kürzere Teil sollte über dem längeren sein. Also ihr seht es ja, das lange ist da drunter. Und dann nehmen wir das längere und machen es durch die Schlaufe durch. Und jetzt ziehen wir das Ganze hoppla. Und jetzt ziehen wir das Ganze fest. Und dann können wir es auch platt drücken. Und wenn ihr denkt, das ist fest genug, dann habt ihr jetzt hier dieses Überbleibsel. Und das schiebt ihr hier zwischen. Ist manchmal ein bisschen knifflig, aber es geht. Und jetzt gerade geht es sogar richtig gut. Ich bin begeistert. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann drehen wir das um. Und legen das lange Teil jetzt um die erste Ecke rum. So. Und immer schön fest machen. Und dann um die nächste Ecke. Und dann dreht man das wieder und wieder um die nächste Ecke. Und um die nächste Ecke. Und das geht halt immer so weiter, bis nichts mehr übrig ist. Und dann zeige ich gleich, wie es zu Ende geht. Ach. Sowas nervt mich immer. Also wenn jetzt ihr nur noch so ein kleines Teil hier hinten habt. Also so ein bisschen. Dann reicht das nicht aus, um es da rein zu schieben. Das heißt, ihr müsst ein kleines Stück abschneiden. Ungefähr so. Aber gerade. Und dann müssen wir das wieder hier zwischenschieben. So. Und dann ist das Ganze auch schon fast fertig. Und nehmen das kleine Teil jetzt so in die Hand. Und drücken hier in die Ecke einmal mit dem Fingernagel rein. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es geht. So. Und dann machen wir das gleich auch mit der anderen Ecke. Und mit der nächsten Ecke. Und mit der nächsten Ecke. Und auch mit der letzten Ecke. Und dann haben wir hier ein Sternchen. Ganz einfach. Könnt ihr euch natürlich noch zurechtbiegen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann haben wir hier schon ein Sternchen. Ganz süß. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit dem normalen Papier. So. Und natürlich eigentlich dasselbe Spiel. Ihr müsst natürlich dann vorher alles ausschneiden, was wie gesagt ein bisschen mehr Arbeit macht. Dreht das wieder um. Das weiße muss wieder unten sein. Dann machen wir die Schlaufe. Ziehen das längere Teil wieder durch. So. Ziehen das Ganze hier auch wieder zurecht. Und drücken es platt. Dann wieder die Ecke hier zwischen die beiden Teile. Zwischen die beiden Seiten. So. Drehen das Ganze wieder um. Legen es um die erste Ecke. Um die zweite Ecke. Um die dritte Ecke. Um die vierte Ecke. Und so weiter. Und dann schieben wir das kurze Teil wieder dazwischen. Das passt nicht. Also schneide ich wieder ein kleines Stück ab. Ach, Bambis, tut mir leid. Und dann kommt es hier dazwischen. Und dann auch wieder hier die Ecken knicken. Einfach mal reindrücken. Und dann haben wir auch schon den nächsten Stern. Tada. Und wenn ihr dann genug Sterne beisammen habt. Dann könnt ihr euch euer Glas nehmen. Oder das Katzenbehältnis. Oder was auch immer ihr damit vorhabt. Man kann ja so viel damit machen. Dann befüllen wir einfach unser Glas. Und haben unsere niedliche kleine Deko. Und dann ganz normal. Und dann auch immer noch